ja da sind wir wieder zurück und immer noch mit blood magic beschäftigt damit ich hier unten die steine hinkriege ich brauche jetzt 2 4 5 6 7 mal 7 ach du scheiße matte 7 14 21 und 21 sind 42 und 7 sind 49 stück das kann dauern das war gerade extrem na man hört sie ja wo hab ich das die momo ja melvin ist jetzt offline gegangen der kommt dann vielleicht später nochmal wieder und ich bin immer noch beim blood magic alter ich musste den ja jetzt nach unten verfrachten damit das ding platz hat was machst du gerade okay dass er wieder gemütet ne ne ich hab kurz was zu tun ich weiß es nicht verfrachte doch einfach dein zeug zu melden und dann baut ihr gemeinsam was auf das kann ich aber nicht ohne melden doch nein warum deswegen bist du bei ihm nicht gewalt ist das auf der dinge na doch na also der melvin der schieselt doch nur der kommt doch zu nichts das habe doch alles ich hier gebaut ich komme aber auch zu nichts ja weil ihr heute nur scheiße gemacht hat zumindest in der letzten auf der fahrer war das war heute ganz zeit eigentlich heute ja okay meine kinder sind gerade gekommen ich habe die kommen jetzt hier gerade reingeplatzt das wäre nicht gut ja man hört jetzt mal wieder meine hunde schön keine sorge die gehen in fünf minuten oder so hoffentlich wir müssen uns das nächste mal ein tag ausmachen oder eine hunde leise sind das wird nichts ich bin mittlerweile wirklich verarscht würde ich mich aber auch fühlen ja das alles jetzt bis um 20 von 20 uhr bis 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 jetzt zwei stunden aufgenommen ja das ist eigentlich ja schon klar dass bei uns nichts gutes rumkommt das heißt das stimmt allerdings habe ich mir gedacht hey es gibt es doch mal aufnehmen oder so da jetzt mal so ein richtig geiles mikro ist das nicht raus noch alles war mein alt ist noch ein bisschen was noch nicht raus ich glaube eine weiter sonst mikro lachen tust dann fängt das oh ne ich brauch schon wieder blut ja wer hat schon wieder jemand was geschickt von aaron warum ist ein hühnchen im kuchen drinne ich weiß dass man eier dass man fürs kuchen packen eier brauche aber doch nicht so viel na anscheinend doch nee weil du hast gesagt du hast kein bett und da steht erstmal eins ja doch ich hab ein bett ja also von melvin jetzt ja was ist mit dem hier unten ja guck mal wie ich hier drauf lege alles klar aber was ist mit dem hier was ist ja wir tun einfach so ja jetzt hätte es das bett nie gegeben das kann nicht sein das steht doch dort hä 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 ja alter es kann doch heik ah ah vor allem du hast jetzt auch so ne goggles nimm mal den helm ab du hast auch so ne augen wie melvin alter ey das ist das ist nicht mehr normal das ist schön das ist wunderschön meine hunde nicht ja ja wo wollte ich denn letztes mal eigentlich weitermachen ich glaube bei deinem ml weil das kein strom hat ja da da ach genau du brauchst du jelurium ja willst du mal lachen wie viel hast du komm einfach mal mit nein ich muss hier was machen also ich habe hier unten zwei diakisten die werden voll gemacht mit delorium das und das wird instant durch gebrannt ja so und ich habe bei mir hier oben gerade 122.000 delorium drin und meine erzfarbe ist aus weißt du bescheid da hm 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 rein da er hatte ich nicht kompress hatte ich nicht äh äh hammerer ich habe dir da was ins me gemacht von delorium so so heavy hammerer oder so hatte ich ja nicht äh also mein me ist hier auf jeden Fall nicht drin doch hatte ich doch letztes mal ach nee dafür braucht man der stahl deswegen hatte ich den nicht ja dann stell dir stahl her ist doch easy ja stelle ich bei dir her ja das ist durch die farming station leckt das bei mir so kannst du hier ruhig herstellen ich muss sowieso hier unten erst einmal warum leckt das bei dir bei mir leckte auch momentan nicht wie viel händler brauche ich denn überhaupt guckst du bei mir hier unten ich habe hier 1 2 3 4 5 6 stück das ist wahrscheinlich mehr so drei kompressor 1 2 3 4 6 7 8 9 9 kompressor brauche ich ich will hammer 1 2 3 6 das wird dem dinge aber es wird ein weichen dauern ich glaube ich sitze schon 20 folgen dran sechs mal neun reichen sind sechs mal neun 54 diamond hammer war das kann ich dann dann über die wieder rein machen du musst mir nichts wiedergeben andere source und kugel einfach rein wie viel ich hab und gut ob ich die ressourcen wieder haben will also ich bin reich ich bin wortwörtlich reich maven gefällt dir das lied immer noch ja was das was deine hunde hier holen nein es ist das gefällt mir immer noch warum auch immer es 42 das gefällt dir mehr als sarah das habe ich nicht gesagt zwei drei spieler gewonnen nein 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 doch 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 nein nein doch doch nein wenn ich meine golden öppel haben wo sind die denn da 2 3 5 6 und du hast du du hast sogar noch ein bisschen stahl über so krass bin ich wie viel wie viel siebe brauche ich denn neun ich hab neun stück ich hab eisen flint und dir neun ok das heißt fünf äh sie vier ich glaube ich brauche ich brauche nur drei neun stück ähm mesh was kommt man aus dem blind mesh äh das nee frau ich nicht links bei sand kommst du da bei sand kommst du da alles klar unter mir hat jemand gestuhl verschoben das habe ich bisher kommt äh labers und kohle das nähe greffel noch mal das an warte mal kann kannst du auch einfach so machen das kompresse das was was kann man daraus bekommen bohrenmiel redstone das heißt iron brauche ich nur iron das bei das brauche ich iron gut und wieder pengen gut so gott schade das ist ja automatisch doch das müsste ich doch automatisieren können irgendwie wieder iron und diamond ja diamond bei sand brauche ich diamant ja gravel komm ich komm ich brauche ich brauche ich kohl ne doch kohle für dinge slavis iron gold diamant ja gut dass sie dann aber nur so wieder neben ja iron shifted mash gut also iron diamond iron du hast schon recht ja ja obwohl da brauche ich doch wohl vier und brauche ich zweimal diamond und zweimal links aber da brauche ich noch kompresse oh scheiße das frisst ressourcen da kompresse 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 1 wieviel kompresse braucht so warte mal wenn es mal hingehege dann brauche ich 1 2 3 für die ersten 1 2 3 für die zweiten und 1 2 drei 1, 2, 3, 4, also wieder 9 Stück. Da hat gerade irgendjemand ein Fenster zugemacht. Ich muss mal ganz kurz dein Rezept hier bloat machen. Ja, ja. Ich brauche noch ein paar Marble Essenzen, dass ich meine Dings hier Seeds, damit ich meine Innovation Insel irgendwann mal fertig kriege. Kein Bone mehr hier drin. Wie kommt denn das? No Seeds. Willst du mich verarschen, du Arsch? So. Boah, Junge, jetzt ging gerade alles raus. Hey, schön. Äh, darf ich wieder craften, oder? Du kannst wieder craften, ja. Okay. Oh Gott, äh, wie brauche ich? 1, 2, 3, 4, 6, äh, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das geht mal. So, kompresso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Easy. So. So, was hast du da noch gemacht? Uff. Mehr als genug habe ich da gemacht. Mehr als genug habe ich da gemacht. So. Also über... Die Stromleitung hier oben, die hat nichts mit den, äh, 7 zu tun. Die ich jetzt gerade, äh, hier, wo ich drunter stehe. Das ist mit der Farming Stations. Müssen die Stromleitungen nicht auch hier verbunden werden, oder? Ne, es reicht aus, wenn... Die zwei brauchen Strom. Das tust du dazwischen machen. Warum willst du hier dazwischen machen und das noch ein doppeltes Mal mit Strom versorgen, wenn du das hier dazwischen machen kannst, um, äh, Cable End zu sparen? Ja, aber der hier brunnen... Ah, 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 mh, mh. Hier hinten geht die ganze Stromleitung lang von den Seas und Meshes. Äh, ich werde da schon den bekommen. Zur Not, ich kann es dir auch aufbauen. Ne, ne. Das möchte ich anders immer machen. Okay. Also, ah, ich brauche wieder... So, zwei. Also, ihr werdet noch zwei. Äh, 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 mh. Mein Gold wird auch nie weniger hier. Ein Mesh. Alter, schwer. Ein Meshel. Eins. Zwei. Ach, hier, deswegen brennt hier nix mehr durch. Die Dreck, so, die Elende. Ey, das ist nämlich persönlich. Jetzt müssten nämlich die 8K Jelurium auch immer weniger werden, ja? So, wenn ich das hier mache, dann mache ich das, dann brauche ich das als Kompresor. Dann, äh, äh, da nehme ich, dann brauche ich wieder einen Hammerer. Ne, warte mal, da brauche ich wieder drei Hammerer. Dann brauche ich hier zwei Kompressor. Hier ein Seath. Dann brauche ich wieder hier einen Hammerer. Hier ein Seath. Hier wieder einen Kompressor. Hatte ich jetzt eigentlich ein Screenshot gemacht gehabt? Äh, äh. Scheiß, ich brauche noch mal. Ich glaube nicht. Ich mache noch einen zweiten.